Die neuen Shopify-Updates sind live, die Sie auch wirklich sehen lassen können, denn es erleichtert uns allen echt unser Leben. Wie wir hier sehen können, gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten, mit KI zu arbeiten und ich gehe immer durch, was du für dich auf jeden Fall nutzen solltest. Erstmal, wie man hier schon sieht, gibt es jetzt die Möglichkeit, auch quasi Prompts an Shopify zu senden. Ich gehe und zeige das mal, das heißt, du hast jetzt hier die Möglichkeit, quasi über Prompts, also wie bei ChatGPT, auch Anfragen an dein Shopify-System zu senden, dass zum Beispiel Produkte und alles Mögliche hier erstellt werden kann und dir das ganze Tool auch assistieren kann, was mega nice ist. Du hast dann hier quasi so eine Art Chat und da kannst du halt dann bestimmte Fragen reinstellen. Hier zum Beispiel, warum es einen Drop in den Sales gab und dann wertet ihr das das Tool aus, was halt wirklich mega, mega nice ist. Das Ganze kannst du hier auch einfach testen, ich verlinke das Ganze mal unter dem Video. Ansonsten gibt es noch weitere Tools, da habe ich auch in einem anderen Video schon mal drauf eingegangen. Und zwar können wir hier mal zuspringen, was ich auch mega cool finde und zwar die Subscription-App, gerade für Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittelhersteller oder alle Produkte, die man wieder kaufen kann, auch im Fashion-Bereich super interessant, je nachdem, was du so anbietest, dass man halt sagt, okay, man macht direkt eine Subscription und muss das Ganze jetzt nicht mehr selber programmieren, man braucht nicht irgendwelche Apps, die man nicht anpassen kann, die hässlich aussehen, die die Ladezeit verringern, sondern du kannst das Ganze direkt über dein Shop-System abbilden, dass du zum Beispiel wie hier, ich spring da auch mal kurz rein, einfach sagen kannst, was du für eine Subscription anlegen willst, ob es einen Discount darauf geben soll oder auch nicht, welche Produkte das betrifft. Und dann kann man das Ganze sich eben hier im Shop ansehen. Ich mache das Ganze mal in Fullscreen. Das heißt, du hast hier quasi dann die Möglichkeit, dass deine Kunden dein Kosmetikprodukt zum Beispiel abonnieren, gleichzeitig Geld sparen und es dann einfach jeden Monat geliefert wird und automatisch abgebucht wird. Was wirklich mega, mega cool ist, weil am Ende siehst du es, steigende Werbekosten und so weiter. Du musst immer mehr dafür sorgen, dass quasi am Ende dein Warenkorb steigt, dass deine wiederkehrenden Kunden, also dass du eine höhere Retention hast, höhere Rate wiederkehrender Kunden und dann wirst du das Game auch langfristig gewinnen. Und das ist einfach, das spielt uns allen total in die Karten und deswegen solltest du es auf jeden Fall nutzen, weil deine Conversion-Rate steigen werden und du einfach deutlich mehr rausholen kannst. Was für viele auch sehr interessant ist, gerade wenn man Multichannel verkauft, dass man jetzt auch die Möglichkeit hat, das Ganze mit den Marktplätzen zu verbinden und alles über ein Place zu managen, zum Beispiel, wenn du über Amazon verkaufst oder ähnliches. Hier war jetzt eben noch das Beispiel Walmart, aber auch Ebay. Das ist halt super interessant, gerade wenn du sagst, du willst alles mal in einer Plattform einsehen können. Noch eine super interessante Funktion sind die Bundles. Also für alle wirklich sehr, sehr wichtig. Wir sehen immer wieder super viele Shops, die immer noch nicht mit Bundles arbeiten. Das ist aber der bestmögliche Weg, um einfach mehr an einem Kunden zu verdienen und den Kunden auch einen größeren Mehrwert zu bieten. Deswegen solltest du unbedingt Bundles implementieren. Jetzt kannst du es, ohne zu programmieren, auch hier über eine schöne Art und Weise machen. Kann ich auch mal anklicken. Und zwar hast du die Möglichkeit, deine Produkte hier auszuwählen, anzuhaken und dann einfach Bundles zu erstellen und zu sagen, dass die zum Beispiel gesammelt dann verkauft werden können und das halt ein Produktbundle ist und der Kunde dann vielleicht darauf auch einen gewissen Rabatt bekommt. Das ist halt einfach sehr gut geeignet für Neukunden, dass du halt sagst, die Neukunden kriegen einen Extra-Deal, dass sie überhaupt das erste Mal bei dir Kunde werden. Und dann kannst du halt auch Bestandskundenbundles und so weiter anbieten. Das kannst du auch super gut kombinieren am Ende mit dieser Abo-Funktion. Und generell sind das einfach Sachen, die deinen Gesamtumsatz steigern werden und dafür sorgen werden, dass du einfach, wie gesagt, mehr an deinen Neukunden verdienen kannst, ohne dass die Werbekosten im gleichen Verhältnis eben steigen werden. Und das ist für dich eben super, super wertvoll. Hier hast du auch generell jetzt diesen Drag-and-Drop-Editor. Das heißt, du kannst deinen Shop einfach so manuell anpassen. Früher warst du ja sehr gefangen in deinem Layout und jetzt hast du halt auch die Möglichkeit, hier einfach die Bildgröße anzupassen und generell einfach deinen Shop so einfach wie möglich zu justieren und so anzupassen, wie du es generell eben für dich benötigst. Das sind so die wichtigsten Funktionen. Generell gibt es hier auch noch weitere Funktionen. Ich verlinke dir das Ganze, wie gesagt, mal hier drunter. Es geht auch darum, dass man das Ganze mobile optimiert, weil, wie du wahrscheinlich selber auch weißt, die meisten kommen über mobile und deswegen muss dein Shop natürlich auch mobile astrein performen. Und dafür gibt es hier auch eben neue Updates. Aber was ich besonders cool finde, ist die AI, dass man quasi an Shopify prompten kann, wie bei ChatGBT. Das Ganze wird uns allen auf jeden Fall das Leben erleichtern. Schreib gerne mal in die Kommentare, was für dich die interessantesten Funktionen sind, wo du denkst, das wird für dich das Leben verändern. Und ansonsten check gerne den Link aus hier drunter. Und wenn du möchtest, dass wir dich dabei unterstützen, weiter zu skalieren, dann melde dich gerne mal bei uns. Wir sind die Adstonauts GmbH und unterstützen E-Commerce-Brands, Online-Shops dabei, weiter zu wachsen und zu skalieren durch zum Beispiel Social-Media-Ads. Und das Ganze ist sehr erfolgreich. Und wenn du sagst, das interessiert dich auch, melde dich gerne mal hier unter dem Video, klick auf den Link, buch dir bei uns einen Termin und wir schauen mal, wie wir deinen Shop weiter voranbringen können bei hohen Profitmargen. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Video.